hey ho leute willkommen zu einer weiteren folge let's play splatoon die lily ist auch dabei die telefoniert gerade es ist das sechste splatfest endlich mal ein cooles thema hunde gegen katzen ja das thema ist von amerika geklaut das war das aller erstes bestes thema in amerika weil die in europa hatten einfach keine ideen mehr deswegen gibt bei deiner familie keine ab hier habt ihr die maps gesehen und jetzt geht es gleich los mit den kämpfen mit dem korgummi zu kommen traditionell müssen uns immer hierhin stellen und das riesenrad anklopfen mit der waffe noch nie gespielt aber da geht voll weit bitte will ein tod Danke. Du, dein Handy hat gerade vibriert. Dein Handy hat vibriert? Nein, es kann nicht vibriert haben. Es ist auf Sturm. Aber es ist halt irgendwie etwas gerade vibriert. Oh Gott, Hilfe! ich muss weg der tour blastet plus bloß wenn wir gewinnen ich habe nie getötet ja also mein er schießt auf jeden fall sehr weit wie wir sehen können aber er braucht zwei treffer so schlimm ist es auch nicht trotzdem gehören die turbo blaster zu den unbeliebtesten waffen und ach ja wenn unsere stimmen ein bisschen heilen dann liegt es daran wenn ich eben das neue zimmer habe und ich habe zwei möbel schon drin und so aber auf der wand hängen noch keine bilder oder so fangen das auch ab dass es nicht mehr so heilt wenn ich mal bitte gegner kommen wohnen hinter blaster gegen die starb ja du hiff also meiner braucht gut um jemanden zu töten und er braucht nur einen hilf deswegen hat er gewonnen gegen dem einen das ist ein und leute dachte ich das ist irgendwie so ein scheinwerfer der da oben so bunt beleuchtet oh mann nein dafür verlieren nicht mehr nein nein oder oh gott oh gott obwohl es echt nicht danach aussieht hör auf deinen dummen kaugummi mit meinem blasen ja ich blase dir gleich an sagen wir uns drei jungs aus der klasse ja und du weißt nicht was es ist doch Moment ich weiß ich ihr gewinnt ihr gewinnt ihr gewinnt ich sag dir jetzt nicht darauf nach gewonnen haben dürfen wir die nächste runde ruhig einmal verlieren und deswegen spielt die lele wieder das musst du lauter sagen dass du nein gesagt hast das merkt niemand wie sehr du leiden wirst na gut ja ich bin team wofür ihr gerade seht da war gerade ein da hat sich gerade voll gedingstab wenn der fernseher echt so eine signalstörung verdammt ok leute wenn die aufnahme wieder total hässlich ist mit so fehlern dann tut mir das leid ja du kannst schon achso ok gut also du warte gerade also ich werde machen dass wir verlieren weil ich sowieso team katte bin nein ich werde verlieren nein du gewinnst jetzt ok ich werde aber sowieso verlieren hallo du weißt dass ich das nicht kann du verlierst gerade absichtlich nein ich kann das nicht komm schaut sie euch an schaut sie euch an ja aber sie ist das was machst du warum du weißt dass ich nicht so spielen kann ja du musst aber vier punkte 400 punkte erreichen ok ich versuche es jetzt springt sie fast runter ich spiele jetzt übrigens mit dem Fernblaster SE schön rauf mit dir rauf 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 hinter dir ist einer rauf ich hab dich ich hab mich hingeschafft ach drei ex-bomber lass lieber den anderen ihn töten ich bin scheiße ich hab noch nicht mal 200 punkte jetzt ist halbzeit also du kannst noch 400 punkte schaffen wer glaubt dass sie es nicht schafft gibt dem video einen daumen nach oben jetzt sie wird es nicht schaffen ja ich werde es nicht schaffen ja ich werde es nicht schaffen ist eigentlich dumm du siehst dass da eine heulboje ist ich wollte wegschwimmen und du denkst nicht einmal daran dass du wegschwimmst nach rechts hättest du schnell ausweichen können ich weiß wollte ich ja aber ich kann das nicht du bist einfach geradeaus weitergegangen ich hasse dich ich hasse dich einfach super jetzt verlieren wir vor halbzeit war der noch vorne du musst dich jetzt durchsetzen du musst einfach rennen renn nach vorne dass der Rest zu dir springen kann du bist oh Gott du musst verlieren du musst verlieren du musst verlieren du bist wahrscheinlich eher in der Überzahl oder außer wie sieht das komplette Gegenteil von Amerika ich hab nicht mehr was da dran passiert ach ja am ende des videos werde ich einblenden wer gewonnen hat da werde ich dann einfach ein Foto mit meinem Handy machen ich werde nicht extra wieder alle Kabel anstecken ist das wahr die Geschichtstücher werden fortgesetzt denn die Lilly hat etwas gewonnen sie hat den Kampf gewonnen obwohl sie niemanden getötet hat ja gut dann haben wir jetzt noch einen Kampf Leni Leni furzt nicht so das war ein Blububla das war ein Korkummi endlich das Kofferfischlager es ist schon 32 Minuten vergangen und wir leben ja wir haben 32 Minuten lang warten müssen nein doch 20 nein 20 so ich spiel mit dem Ziel Liter Ziel E Liter 3 K S E der ist auch neu heute sind generell nur neue Waffen dabei ich hasse das wenn die Sicht beschränkt ist immer wenn ich hasse das wenn die Sicht beschränkt ist weil ich weiß nicht ob er jetzt da rechts oder da links kommt immer wenn er einen tötet oder er getötet wird mache ich eine Blase ok blasen wir bitte noch ein hör auf so zu blubbern also der im game jetzt ich nehme mir noch eine Korkummi ich nehme mir noch eine Korkummi ich habe mir noch eine Korkummi angewiesen ich habe mir einen der nicht zu ja weil die kann euch einfach stören in der Aufnahme beende mein Leben bitte oh Gott Mama das kann es nicht sein bist du gerade vor dass ich mir noch eine Korkummi nehme und die Sammy kenn ich doch die kenne ich doch die kenne ich doch die habe ich in meiner Freundesliste Autsch du kannst dir nachschauen ob du mit ihr Standkampf spielen kannst ich kann ja nachschauen ob sie online ist oder online war wie wir jetzt gerade gespielt haben und ach Gott die Nacht ist es ich stirbe einfach ich kann echt nichts nichts kann ich ich hoffe dass ich 400 Punkte schaffe also bete ich jetzt zu Gott und Namen Vaters und Sohnes und ja egal ich werde jetzt gleich sterben und ich kann nicht schnell genug reagieren weil ich den Tinten die Tarnheim sind ich bin überhaupt die Gegner schon wieder sind alle bei euch ja wir haben irgendwie die Basis ausgetauscht ja und ja 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 und ja ich habe ja ein titel für die folge was hat die verzuchungen da egal wir haben gewonnen wir haben jeden kampf in der aufnahme gewonnen ja die halbe stunde dazwischen haben wir nur verloren oh mein gott ja leute das war das sechste blöde fest ja und er ist verrückt ja gut leute wenn euch der paar gefallen hat dann lasst doch eine positive bewertung da oder ein kommentar das würde uns doch mal freuen und wenn ich sage und dann will oh mein gott das ist perfekt das ist einfach perfekt wenn ich dann nicht schau das ist diese doge aus agario wenn ich dann nicht das ist diese wenn ich dann nicht wenn ich dann nicht ja gut leute wenn ich dann nicht schau und nicht am nächsten mal wenn ich dann nicht